Wir sind hier am Standort Straubing der Klariant und stellen mit dem Sunliquid-Verfahren aus Agar-Reststoffen wie Stroh moderne Biokraftstoffe her. Wir nutzen dazu den im Stroh gebundenen Zuckeranteil der Pflanze und damit nicht essbare, nachwachsende Rohstoffe. Das Verfahren ist besonders innovativ und umweltschonend und nutzt beispielsweise den Ligninanteil der Pflanze zur Erzeugung der Prozessenex. Wir erreichen damit neben der sehr hohen CO2-Einsparung von 95 Prozent auch eine sehr hohe Wirtschaftlichkeit des Verfahrens. Untertitelung des ZDF für funk, 2017